Kemal Altun. Nein! Du Staat, du Deutscher! Vom 30. August 1983. Pass auf! Ich muss dir ein paar Zeilen sagen. Es ist aus zwischen uns. Staatenlos wäre ich lieber als Bürger von dir. Oder? Staat! Dass das Fass heute überlief an diesem milden Tag, hat seinen Grund in einem Tod, der an dir kleben bleibt. Verdächtigt habe ich dich schon oft. Heute hast du dich bewiesen. Die Nachricht war ganz kurz, war sachlich schnell vorbei. Heute früh ist einer aus dem Fenster gesprungen, der deinen Schutz wollte, aus dem sechsten Stock des Berliner Verwaltungsgerichts und gestorben auf dem Rasen hinter dem Haus. Der zu uns kam und der nichts wollte als bleiben dürfen, leben können, atmen, der sprang heute aus deinem Fenster. Ja! Jetzt liegt er im Gerichtsmedizinischen und später kommt er in die Kühlkammer. Wird dann weiter verhandelt, ob nun, da mehr nicht übrig ist, der Leichnam Asyl auf deutschem Boden kriegt oder auch der noch auf türkischen muss? Ich kann dein Gesicht nicht mehr erkennen, du deutscher Staat vom 30. August 1983. Wie alt bist du? Ich weiß von manchem Fenstersturz, als letzten Aufbegehren gegen Gestapo, KZ und Vergasung. Für den, der jetzt tot ist, hat sich die demokratische Welt eingesetzt. Man bat, man flehte, man hoffte. Woher wusste der Tote, dass dieser deutsche Staat nicht zu rühren ist? Kannte er die deutsche Geschichte so gut? Für mich hast du heute getötet, Staat. Nicht selbst, noch nicht. Doch hast du einen Tod erzwungen. Du lieferst aus. Als wüsstest du von gar nichts. Verfolgte eines Faschistenregimes lieferst du an das Faschistenregime aus. Staat, du hast zu manchen alten Nazi freundlich an deiner Brust. Wie konntest du dem jungen Demokraten den Weg durchs Fenster weisen? In welchem Namen kannst du sowas tun? In welchem Auftrag? In meinem auch? Bin ich dein Eigentum, so wie mein Pass? Ich will nicht mehr. Will nicht mehr Bürger genannt werden eines Staates, der mit Systemen paktiert, die nach dem riechen, was auf den letzten europäischen Schlachtfeldern zerrieben schien. Ich will nicht mehr Bürger genannt werden eines Staates, der sich mit jedem freundlich beschnuppert, der nach Unrecht, Terror, Folter, Blut und Elend riecht. Nach deutscher Vergangenheit also! Staat, du, vom 30. August 1983. Ich hab noch viel auf der Zunge. Aber es schändet nur den heute von dir Getöteten. Er allein wär genug zu sagen. Staat, du bist der meine nicht mehr. Mir ekelt vor dir. Aus altem Nazi-Schoß gekrochener, großgewordener Bastard! Mag sein, die Zeilen sind verbittert, maßlos auch und hasserfüllt. Und sie entzweien mich mit mir selbst. Ich kann nicht anders! Als heut die Nachricht kam, nach dem Mittagsglockenläuten, war dieser Sprung aus dem Berliner Fenster mir zu viel. Ich schäme mich! Heimat? Ich möchte staatenlos sein. Ein Ausgewiesener wenigstens. Die Zeit ist doch gekommen, dass man sagt, bis hierher ist zu viel, mir brennt die Stirn! Der Sprung des jungen Türken in den Tod, der ist von mir auch mitverschuldet. Staat, du! vom 30. August 1983. Ich schwieg zu viel von dir und tat zu wenig gegen dich. Das muss sich ändern!